Buenos dias und hallo zum neuen Travelling 8000 Vlog. Wir sind immer noch in El Valle de Anton, hatten für heute natürlich wieder einen schönen Trail auf dem Plan. Einen der anspruchsvollsten, was die Beschreibung so gesagt haben, hier aus der Umgebung. Haben dann eine Stunde auf dem Bus gewartet und wie es hier in Panama manchmal so ist, kam der nicht. Jetzt haben wir uns für einen anderen entschieden, weil das uns zeitlich zu knapp wurde. Da haben wir jetzt in der Ferne noch ein Gipfelkreuz entdeckt, was wir gerade jetzt noch versuchen zu erreichen. Ist zwar jetzt leider kein Rundweg, wir laufen lieber Rundwege eigentlich, aber in der Notfrist der Teufel auch keine Rundwege oder wie das Sprichwort auch immer geht. Also hier sieht es auf jeden Fall ziemlich cool aus und wir melden uns wieder. So hello again! Wie ihr seht habe ich überraschenderweise eine Rundwege, die ich Regenjacke an. Hier regnet es nämlich seit gestern Abend durchgehend. Wir sind also immer noch an der Weihe der Anton, heute letzter Tag. Morgen geht es zurück nach Panama City und jetzt haben wir uns hier für den letzten Tag noch mal einen Zoobesuch ausgesucht. Also es ist nicht wirklich ein Zoo, sondern mehr so ein Rescue Center, wo die Tiere wieder aufgepäppelt werden. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Also unsere Chancen hier Tiere zu sehen sind wahrscheinlich endlich mal relativ gut. Musik So, beste Grüße aus Panama City. Ich sitze hier gerade in unserem Hostel vorm Pool. Das Hostel, würde ich sagen, ist grundsolide. 15 Dollar die Nacht, wir haben ein Pool, Frühstück mit dabei, kann man jetzt nicht wirklich meckern. Wir sind genau im Bankenviertel, das können wir euch hier auch gleich mal ein bisschen zeigen. Warum wir aber überhaupt in Panama City zurück sind nach 5,5 Wochen, hat auch einen Grund. Und zwar, einige wissen ja, ich hatte mich für ein Work and Travel Visum in Kanada beworben. Lisa hatte das Visum schon aus Deutschland bekommen. Und ich wurde jetzt glücklicherweise zuletzt auch ausgelost und muss jetzt noch Fingerabdrücke dafür abgeben. Das ist Voraussetzung und das muss ich in Panama City machen. Deswegen sind wir jetzt wieder hier. Das heißt, ich habe jetzt gleich nach 6,5 Wochen Reise, Lotteleben tatsächlich mal wieder einen Termin, wo ich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein muss. Aber gut, ist ja auch mal wieder nicht schlecht. Und da machen wir uns jetzt mal auf und dann schauen wir mal weiter. Ciao! So, ich habe erfolgreich meine Fingerprints bei den Kanadiern abgegeben. Ich hoffe, die lassen mich damit jetzt rein. Und wir sind jetzt im Anschluss in den Park Metropolitano gegangen. Das ist ein Nationalpark, der ist hier mitten in Panama City, also mitten in der Großstadt. Ziemlich groß, ziemlich grün, also richtig cool. Hier gibt es sechs Rundwege, braucht so zweieinhalb Stunden oder so. Und wir sind jetzt gerade hier auch am höchsten Aussichtspunkt mit überragendem Blick auf die Skyline von Panama City. Und wir haben sogar schon ein paar Tiere gesehen. Also der Bann ist jetzt hoffentlich gebrochen und zeigen wir euch jetzt mal. Musik Servus! Ich melde mich noch ein letztes Mal aus Panama City. Wir fahren heute Abend im Donnerstag den ersten Grenzübergang der Weltreise haben und zwar nach Costa Rica. Und wir haben jetzt im Prinzip im Hotel schon ausgecheckt, sind jetzt aber noch mit Georg unterwegs. Den haben wir hier bei der ersten Tour in Panama City schon kennengelernt. Das ist ein Deutscher, der seit 15 Jahren hier lebt, aber hat auch 17 Jahre in Koblenz gelebt tatsächlich. Und der hat uns jetzt hier nochmal mitgenommen zu so einem Strand, wo die Panamesen meistens ihre Wochenenden verbringen. Und hier ist aber gerade Ebbe und man kann hier ziemlich weit ins Meer reinlaufen. Das ist recht cool. Und hier gucken wir uns jetzt mal noch ein bisschen um. Und dann geht es Richtung Costa Rica. Bis denn! Tschau! 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 Vielen Dank.